Jeder freut sich, wenn er ein Tor schießt und dass zu viele Torschützen dabei waren. Jetzt am letzten Spieltag war sehr, sehr gut. Ja, jeder ist so ein bisschen ein anderer Spielertyp von den drei. Aber insgesamt, man arbeitet jeden Tag mit den Jungs zusammen auf dem Platz und da gibt es keine großen Anpassungsprobleme. Und ich denke, man hat dann auch im Spiel gesehen, dass es da reibungslos dann geklappt hat. Freut mich auf jeden Fall. Und ja, Stürmer ist es, immer gute Tore zu schießen. Kann ich euch nicht klären. Das ist zwischen mich und meinen Freunden und das bleibt auch so. In Aue ist es nicht leicht zu spielen. Ich glaube, wir haben kein Spiel verloren in der Hinrunde zu Hause. Deswegen wollen wir jetzt in der Rückrunde vielleicht da eine Serie brechen. Ja, ich habe das Spiel geguckt und ich habe gesehen, dass wir dann sehr, sehr gut gespielt haben. Aber leider das Spiel verloren. Und hoffentlich können wir jetzt wieder sehr, sehr gut spielen, aber gewinnen. Ja, wie im letzten Spiel, glaube ich, gegen KSC unsere Chancen sehr effektiv nutzen und in Aue was mitnehmen bzw. auf Sieg spielen. Wie immer, wie immer von jedem Spiel wollen wir immer jedes Spiel gewinnen. Aber klar, ein Punkt ist das auch sehr, sehr gut. Aber das erste Ziel ist das Spiel erst mal zu gewinnen. Ich habe noch einige Musik für die Ziele aufgemacht.